Der absolute Erzfeind. Festgefressene, verrostete Gewinde. Voll mit Kalk und Rost. Zu Leibe rücke ich diesem 1 Zoll Eisenrohr mit einer grossen Rohrzange. Egal wie sehr ich mich anstrenge, das Eisenrohr bewegt sich kein Millimeter aus dem Gewinde. Die Technik, die ich euch gleich zeige, könnt ihr für alle metallenen Gewinde nehmen. Nehmt die Technik jedoch nicht, wenn irgendwelche Kunststoffkomponenten verbaut sind. Das ist unsere heutige Wunderwaffe. Ein ganz einfacher Gasbrenner mit einer Gaskartusche. Dieser hier hat eine integrierte Zündung und man kann ihn sehr flexibel einsetzen. Das Eisenrohr und der Fitting wird 2-3 Minuten mit dem Gasbrenner erwärmt. Ich gehe dabei sehr nahe mit der Flamme ran. So wie vorhin sollte es bei euch nicht aussehen. Das passiert, wenn man die Gaskartusche nicht aufrecht gehalten hat. 2-3 Minuten erwärmen sollten in der Regel reichen. Durch das Erhitzen dehnt sich das Metall aus. Lasst das Gewinde nachher kurz abkühlen, so zieht sich das Metall wieder zusammen. Durch diese thermische Bewegung löst sich das Gewinde. So einfach kann es sein. Hier seht ihr, wie einfach sich das Ganze löst. Zum Schluss kann ich das Rohr sogar von Hand ausdrehen. Verbrennt euch hierbei einfach nicht die Finger. Mit so einem Brenner könnt ihr praktisch jedes Gewinde lösen. Hier seht ihr noch, wie stark verrostet und verkalkt das Rohr von innen war. Wenn dir das Video geholfen hat, freue ich mich über ein Like und ein Abo. Bis zum nächsten Mal.